Lieber Mr. Dunbar. Es heißt, man soll nie seine Helden treffen. Ich schreibe ihn, weil ich sie wirklich sehr schätze. Aber sie zu treffen ist nicht das Problem. Glaubst du, es ist schwer, Hunter Dunbars Haus zu finden? Hey! Das Problem ist, ihnen zu nahe zu kommen. Als sie weg waren, da ist ein Verrückter durch ihren Garten geschlichen. Nahe genug, um zu sehen, was hinter der Maske ist. Setz nie wieder einen Fuß in diese Gegend! Ich will, dass du sagst! Ich kacke Kugeln! Du Idiot sollst sagen, dass du nicht mehr in diese Gegend kommst! Sag es! Ich hätte dir das nicht gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass du zum Stalker wirst. Ich bin kein Stalker, ich bin ein Fanlier! Okay, es ist mir eine Ehre, Mr. Dunbar. Ich habe alle ihre Videokassetten und DVDs. Sie sind gejigsawed! Ich weiß, für was sie mich halten. Was? Für einen Stalker! Aber ich gehe in jedem von ihren Filmen, sogar an die Beschissenen! Los, binden! Sie sollen nicht immer so gemein zu mir sein! Ich bin kein Stalker! Das Hemd ist schön. Gibt's nur einmal auf der Welt! Ich bin kein Stalker! Ich bin deinem Stalker!